zum zum beispiel ist die windmühle abzubauen das sollten wir echt machen wo wolltest du jetzt die badbox hin haben weil da wo ich geguckt habe da war das einfach direkt daneben dann machst du direkt daneben oh ja ich kann hier redstone reinlegen dann kriegt die energie klappt irgendwie nicht so ganz guck mal wie man die anschließt vielleicht irgendwie dann tue ich mal so lange hier ein bisschen unsere farm abfahren du holst binne zwei wunsch bin und noch ein skeleton oder skeletor oder wie die heisst komm her du dumme deine oh fuck jetzt habe ich kein schwert mehr oh genau oder vamos oh man muss es wirklich über ein kabel machen kann man die badbox hinfraut bauen das weiß ich ja aber der typ wo ich gesehen habe im video hat es auch einfach nebendrangestellte ok okay so ich mich jetzt die scheiße dazu machen dummer creeper ich hasse die volle schwöre boah mein halt sich immer noch von freitag am arch zombie skeleton alles will ich bin besuch mit doch da klopft jemand an die tür billy mach mal auf zeugen jehovas kein einlass die sind auch immer voll nett bei uns zeugen ich glaube die müssen das sein die wünschen mir dann immer so einen schönen feierabend wenn sie dann freitag so um eins zu kommen und sehen dass ich noch geschäftsleiter an habe ach hatten sie gerade feierabend ich so ja ja dann wünsche ich ihnen noch einen schönen tag und so ich so ja danke ja danke ok oh wir haben voll viel weizen durch das Ränder hast du schon was rausgefunden irgendwie mal ach meine hand ouch so cover cable hier mal rein haben wir noch eine batterie haben wir noch eine batterie ok aber warte mal ab ich probiere mal was ausprobieren hier und zwar wenn ich die jetzt hier rein tu so ok ich laske ich habe es gerade die batterie geladen ja ja na ein bisschen ein bisschen oder den generator ok können wir ja mit kohle betreiben nice und mit dem könnten wir auch die batterie aufladen ja das haben wir letztes mal schon gemacht ja das stimmt auch ja das habe ich gerade nicht mehr ganz in der römung und gerafft ja so für was brauchten wir nun mal die batterie keine ahnung ähm ja ich beleg gerade was brauchten wir nun mal einen recycler bräuchten wir auch glaube ich was wir natürlich auch machen könnten wenn geothermal heißen das ding genau geothermal irgendwas generator oder sowas ich habe nämlich herausgefunden ja geothermal generator ich habe nämlich herausgefunden man könnte so zellen basteln ausziehen ah ok und ich denke die aufzufüllen wäre am anfang relativ leicht irgendwie mit wasser oder lava ja ist ja schon geil mach uns mal eine french ja wenn es geht ja ja easy peasy ja 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 dafür brauchen wir bloß ein stone gear und ein bisschen weißen drei stück so zack zack war das so so wo war das doch ja wir sollten den wind general also diesen die windmühle auch weiter höher setzen ja habe ich auch gelesen kann ich sie mal abbauen 90 oder so wäre sie am besten oder sowas habe ich gelesen ja dann können wir sie ganz oben hin bauen ja ich bin gerade überlegen warum da noch so ein freies feld in der mühle drin ist mach mal rechts klick drauf ja ja das muss man da noch rein machen keine ahnung die batterie geht rein aber füllt die sich auf die ist voll warte dann entleert die batterie mal ein bisschen hier am generator oder so ja das dauert ja ewig alter äh aber mit der wrench warte mal das kann ich nicht alles abbauen das dauert ja ewig das dauert aber ewig wir es nicht kaputt machen rechts klicken auch nicht ne ne ja dann wird es wohl so sein ok oh ne ha wie denn ne hat nicht funktioniert ok aaaah ha eine aus bronze vielleicht da gibt es wirklich ein paar verschiedene warte 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 wir haben gar nicht wie wir haben gar keinen bargain eigentlich ist Look Aller nicht nee ich glaub nämlich nicht achso ja stimmt auch ein bronze in coole frage aber wir brauchen einen macerator eine macerator dann können wir kupferstaub und ok und wie baut man einen macerator ok ich liebe es jetzt schon soll ich dann mal irgendwie ein bisschen farben gehen oder so oder warte mal ich mache uns mal eine cori oder so damit wir praktisch bauen können und wenn du spürst was ich denke dafür braucht man aber über viele diamanten wir haben nur sechs